Wow, das war ein Tag. Habt ihr diesen Idioten gesehen, als Jett weckt? Brrrr, mit seinem Sauggebläse-Dings durchfuhr. Und alle nur noch... Du solltest mal die Brause-Limmer absetzen, Popfetz. Kommt gar nicht in Frage, die bringen mich auf Touren. Ich bin nun mal ein aufbrausender Kerl. Ja, und das gibt mir Kraft. Wisst ihr, wer wirklich Wahnsinnskräfte hat? Die Riesen. Klar, und ich hab gehört, dass der Nikolaus einen Bart hat. Mann, die Riesen sind doch nur erfunden. Nein, die gibt's wirklich. Total der Hammer. Und sie sind riesig. Echt? Du hast gehört, dass die Riesen riesig sind? Achtung, ich schalte den Ironie-Modus ein. Ihr könnt ruhig lachen, aber ich habe gehört, dass sie ganze Felsbrocken werfen können. Könnt ihr einen riesigen verdammten Felsen aufheben und ihn wie einen Pappenzapfen werfen? Warum nicht? Weil das Riesen den gesamten Tag lang machen. Wenn wir schon beim Märchen erzählen sind, ich hab gehört, dass sie mit einem Schlag Riesenlöcher in den Boden hauen können. Bam! Verrückt, oder? Plötzlich ist ein Riesenloch. Das ist doch Wahnsinn. Ich hab einmal gehört, dass sie so stark sind, dass sie sogar eine Insel verschieben können. So nach dem Motto, hey, schau an, eine Insel, die schnapp ich mir einfach mal. Weil du weißt ja, ich bin ein Riese, das macht mir nichts aus. Wenn sie schon so groß sind, wo sind sie dann? Vielleicht knutschen sie gerade Einhörner am Rande des Regenbogens. Ihr glaubt nicht an Einhörner, oder? Ja, das ist lächerlich. Ich hab gar nicht gesehen, dass die im Anmarsch sind. Okay, ich hör auf mit der Brause. Ich liebe es, wenn ich recht behalte. Die Party ist vorbei. Null Problem, wir stehen hinter dir. Packen wir es an. Na komm her. Was ist jetzt los? Sie sind größer, sie sind monströser, sie sind bummiger. Jetzt kommen die Skylanders Giants. Mehr als 40 neue Figuren und ein tolles neues Abteuer. High Five! Ja! Oh, blöde Idee.